herzlich willkommen zum dritten video über das arithmetische mittel wir haben in den beiden vorherigen videos schon gesehen wie man das arithmetische mittel berechnen kann welche eigenschaften es hat und wie man es schön visualisieren kann mit hilfe der holztürme in diesem video geht es darum zu ermitteln wie sich das arithmetische mittel verändert wenn ich einzelne daten hinzufügen und darum soll es in diesem video gehen ich setze fort beim beispiel b auf unserem arbeitsblatt das arithmetische mittel von 30 zahlen ist 14,7 wir fügen die zahl 5 als 31 zahlen hinzu um wie viel prozent ist das neue arithmetische mittel kleiner als x2 also als das ursprüngliche arithmetische mittel um dieses beispiel zu lösen legen also formen wir mal die angabe in eine form und wenn wir wissen dass das arithmetische mittel von 30 zahlen 14,7 ist dann kann man das ja so anschreiben also ich habe 30 zahlen x1 bis x 30 adiere sie dividiere durch ihre anzahl und erhalte 14,7 das kann ich aus der angabe herauslesen so wenn wir uns an die holztürme zurückerinnern dann ändern wir ja an dieser gleichung nichts wenn ich beide seiten mit 30 multipliziere das bedeutet die listenwerte zusammen addiert sind dasselbe wie 30 mal der mittelwert gut pausiere jetzt dieses video und versuche durch hinzufügen einer weiteren zahl diese gleichung so lang umzuformen damit du auf den neuen mittelwert kommst gut gehen wir gemeinsam durch wir haben jetzt das arithmetische mittel von 30 zahlen noch einmal umgeformt dastehen und fügen jetzt die zahl 5 als 31 zahlen zu das heißt ich kann hier eine äquivalenz umformen machen und die zahl 5 hinzufügen das bedeutet ich habe auf der linken seite und auf der rechten seite plus 5 stehen um jetzt das neue arithmetische mittel zu erhalten muss ich ja durch die anzahl ihrer listenwerte dividieren und wir haben auf der linken seite 31 listenwerte das heißt ich dividiere beide seiten durch 31 und ich sehe auf der rechten seite habe ich jetzt schöne zahlenwerte mit denen ich mir mein neues arithmetisches mittel berechnen kann nämlich also 30 x 14,7 plus 5 dividiert durch 31 ergibt 14,38 das ist mein neuer neues arithmetisches mittel die weitere aufgabe besteht darin zu ermitteln und wie viel prozent das neue arithmetische mittel kleiner ist als das ursprüngliche und dazu erinnern wir uns an die prozent formel wir wissen der prozentsatz ergibt sich immer aus anteil dividiert durch grundwert mal 100 und der anteil ist mein neuer mittelwert nämlich 14,38 dividiert durch 14,7 mal 100 und wir erhalten 97,87 prozent und um eine antwort auf die frage zu geben und wie viel dieses kleiner folgen wir dass das neue arithmetische mittel um 2,13 prozent kleiner ist als das ursprüngliche das neue arithmetische mittel um 2,13 prozent kleiner ist als das ursprüngliche mittel